so dann machen wir jetzt weiter ich brauche drei heavy thieves auf jeden fall für dich ok da 1 2 1 2 1 2 ich brauche glasscheiben das und das und 1 2 3 jetzt haben wir auf jeden fall die thieves ganz unten bauen wir das was es am längsten braucht also das dann ein kompressor ist dort ein hammer dann alles um eine seite wieder verschieben das passt so sonst nicht also sieve kompressor hammer kompressor das ist nämlich das hammer kompressor hammer kompressor ich habe zwei hammer kompressor kompressor ja das sieht hier rum sehr lustig aus dann kommt das nächste sieve dort hin und das müsste ich dann dort hin oder baue ich baue die übereinander das ist ja nicht so schlimm dort hin und dort hin ok hier ist ein dude im sieve drin der hat ein e drauf und das steht bestimmt für ike genau kompressor kompressor dann hammer und hammer kompressor 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 jetzt brauche ich wieder hammer ganz ehrlich ich glaube ich kriege das sogar heute noch hin mal gucken ob du das allerdings nur mit einem sieve denn wenn du das so wie ich haben jetzt mit drei sieve dann müssen wir das da unten ein bisschen anders bauen und dann wird das alles auch ein bisschen größer ich brauche Eisen Pressure Plates 1 2 1 2 1 2 machen erst mal sechs stück und ich kriege genau ein hammer raus weil kein kompressor hammer hammer mehr da ist nicht meine schuld was was hast du gemacht nix nix ich gucke mir die folge an in zwei monaten das ist halt wirklich so die kommt also wenn die zuschauer die jetzt sehen dann ist schon das nächste projekt am start das ist schon längst fertig hier ok ganz oben sieve kompressor hammer kompressor hä ok ok dann kommt da der coverstone generator hin mittleres sieve kompressor hammer kompressor dann kommt ein hammer hin jetzt scheiße äh ich habe jetzt zwei hammerer hier eins zwei dann kommt ein kompressor und die erzmaschine jo ich brauche bloß noch die cable habe ich ein bisschen zu viel gecraftet ist aber nicht zwei zu schlimm ähm energie cable ist da die wrench ist da die item leitung sind da ok ähm item leitung item leitung item 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 bボck ne die Zwischendinger weg machen sonst kommen die sich in die quere du kannst aber bitte nochmal auf die schnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Compress Hammer herstellen. Und welche? Die. Andere werden hier nicht akzeptiert. Wie viele? 12 Stück. Extract. Insert. 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 Extract. Extract. Insert. Insert. Und dann bitte in die Compress Tamera reinlegen. Okay. Ja, dann können wir heute noch alles an Start legen hier, deine Maschine. Dass du morgen schon ordentlich Erdste hast. Gut. Allerdings empfehle ich dir die ab und zu auch irgendwann mal auszuschalten, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das jetzt so automatisiert, dass die Pieces, also die Erdspieces zu Chunks gecraftet werden und zu mir ins ME geschmissen werden. Das ist bei dir noch nicht der Fall. Weil da braucht man ein bisschen mehr an, wie soll ich sagen, Maschinen und Platz. 12. Weil ich ja wirklich mehr als genug Zeug immer hergestellt habe. 12. Ja. Du kannst in jeden Compress Hammer zwei Stück reinlegen. So. Zwei Stück. Ja. Das sind die, wo du die DIA Hammer schon unten siehst. Achso. Die. Okay. Oh, war. Verdammt. Insert. Insert. Extract. So. Energie Cable. Da, da, da. Da, da und da. Okay. Schätze. Da, da und da. Und jetzt noch diese hier. Na Melvin? Ja. Bist du gespannt? Gespannt. Ja, ja, ja. Dann kommen wir hier runter zu deinen Maschinchen. Ich muss halt erstmal, ja. Ja gut, ich schließe jetzt trotzdem schon mal an, dass geackert wird hier. So. Mach das. Und die laufen alle voll mit Strom. Und die ersten Hammer arbeiten schon. Jetzt möchte ich das aber gerne. Ich brauche Importer noch ein paar. Ich lasse das direkt in dein ME rein fließen. Okay. Ja, warum sollst du dich damit abquälen? Ich weiß, dass das, äh, kacke schwer ist dann immer alles ins ME rein und dann zusammen Craft und in die Schmelze und und und. So. Importer, Importer, Importer. Glaub uns fehlen Diamant. Dann gehst du zu mir rüber. Und snacks dir welche. Ja, das fehlen uns an. Und ich brauche deine Meshes. Wir gehen bei dir auf Iron Mesh, würde ich sagen. das erste Mal. Da kriegst du auf jeden Fall alles raus. Ähhhhhhhhh. Mesh. Da. Eins. Zwei. Drei. Und drei. Und da wird das erste Zeug durchgesieft. Und zwar Sand, Kies und Dust. Hör auf mit Sarah zu schreiben. Mach ich nicht. Dann hör auf mit Revenge zu schreiben. Mach ich auch nicht. Ich schreib grad mit niemandem. Okay, dann kommst du jetzt hier runter. Lass. Zack. Okay. Deine Maschine arbeiten. Da. Und es wird alles ins ME gepumpt. Und du hast jetzt auch schon den ersten Yellow Reap Dust. Und zwar 16 Stück. Cool. Okay. Aber du hast erst mal hier unten genug Gelorium drin. So. Ja, dann hast du jetzt deine kleine private automatische Erzfarme. Ja. Sonst haben wir es doch noch. Ja. Da mache ich jetzt noch einen kleinen Screenshot davon. Weil die letzte Folge so lang war, mache ich die etwas kürzer. So. Läuft's. Und dann war es das auch mit der Folge. Ja. 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 Ja.